Hallo, ich bin Aaron Praktik-Neo. Ich leite seit 2015 die Junior-Professur für Energieressourcen und Innovationsökonomik am E.ON Energy Research Center der RWTH Aachen. Mein Forschungsgebiet ist die Energiesystemanalyse. Ziel der Energiesystemanalyse ist die Untersuchung von Interaktionen zwischen den verschiedenen Akteuren im Energiesystem, also Erzeugern, Verbrauchern, Gesellschaft und Politik. Mit der Energiewende verändert sich unser Energiesystem aktuell rasant. Es ergeben sich dringende gesellschaftliche Fragestellungen zu Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und Bezahlbarkeit. Hierzu erarbeiten mein Team und ich Antworten. Exzellente Forschung in der Energiesystemanalyse erfordert neben einem starken technischen Hintergrund auch fundiertes Wissen aus anderen Disziplinen. Die RWTH Aachen bietet mir hier super Kooperationsmöglichkeiten mit herausragenden Forschern in diesen Gebieten. Besonderes Marketing Untertitelung des ZDF, 2020